hallo ihr lieben herzlich willkommen ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt ja und zwar heute ein schminkvideo und zwar mit der catrice palette von art collection wo ich von von der meli habe die limited edition und zwar diese mauve und bärntöne damit werde ich mich heute schminken das sind diese farben blush highlighter ist dabei das werde ich natürlich verwenden ja und erstmal möchte ich mich entschuldigen dass diese woche kein video mehr gekommen ist aber das war nicht meine woche diese woche es ist alles alles ist schief gelaufen ja und zwar eben wir haben ja am montag hat es angefangen und zwar mein pc hat den geist aufgegeben abend festplatte hat sich mal so kurz verabschiedet und ja dienstag fährt er nicht mehr hoch habe alles versucht den ganzen dienstag ganzen tag damit verbracht dass die dass sich das ding wieder zum laufen bringt nichts am mittwoch sind wir dann zum tefig fahren da wo ich mein pc gekauft habe damals und zum reparieren ja recht und schön das ist ein leistungsstarker pc jetzt muss ich mit meinen alten mit der alten krücke filmen ich hoffe ihr seht jetzt gut dass die qualität ist nicht so und ja die filme brauchen viel viel länger also es dauert jetzt heute haben wir samstag vielleicht seht ihr das video morgen oder montag keine ahnung wann das hochgeladen wird aber es dauert halt alles viel viel länger ja auf alle fälle ja sind wir dann reingegangen zum defi jetzt hat er gesagt ja dass die die lüftung ist kaputt und die festplatte und ja das würde 250 euro kosten haben wir gesagt ja okay und ja lohnt sich das überhaupt oder kaufen sie sich gleich einen neuen hat er gemeint und dann hat mein mann gesagt nee also 250 euro und 1000 euro ist schon ein unterschied weil mein pc hat 1000 euro kostet gehabt da sagt ja wieso gibt schon für 300 euro am pc habe ich gesagt ja gibt schon aber nicht in dieser leistung ich brauche diese leistung wieso haben sie architekturprogramm oder was brauchen sie so einen leistungsstarken pc also das hat mich so geärgert schon auf jeden fall habe ich gesagt ja ich mache videos ich mache meine simspiele ja er unterstützt sowas überhaupt nicht und und dafür hat er gar kein verständnis dann ist man selber schuld dass man so einen teuren pc hat und blablabla auf jeden fall hat er gesagt ja dauert zwei bis drei wochen und das zu begutachten also gesagt die festplatte ist kaputt und die lüftung haben wir 39 95 bezahlt ja und haben gesagt ja die rufen uns an und dann kommen sie immer noch entscheiden ob man reparieren lassen würde nicht bis jetzt hat noch keiner angerufen wie gesagt heute ist samstag und hat noch keiner angerufen jetzt bin ich ja gespannt dann habe ich ja wie ich für der kirchweih habe ich euch mitgenommen am donnerstag alles recht und schön mit meinem camcorder und habe aufnahmen gemacht alles super ein trubel ein ding war ein sehr schöner tag also mir waren fix und alle aber trotzdem habe ich mir gedacht naja ich bearbeite das video und ja hochladen ging am donnerstag nicht mehr weil der hat drei stunden gebraucht um das zu rendern für zehn minuten video ja alles klar ja und dann zum hochladen gestern habe ich es dann hochladen in youtube mein fma für der kirchweih und so und ja hat auch noch mal vier fünf stunden gedauert bis es dann oben war und dann hat es geheißen ich habe die urheberrechte verletzt okay ich musste das video löschen so jetzt stehe ich da aber jetzt kommt endlich das schminkvideo und ich will ja meine meine schminksammlung abdrehen also ich habe noch so viel vor aber diese woche war einfach nicht mein woche also es war ganz schrecklich so also bb creme ist drauf ich habe mich soweit vorbereitet mache keinen voll fürs make up wir beschränken uns nur auf die augen na und dann fangen wir dann fange ich mal an und budde mir mein gesicht ab meinen spiegel brauche ich schon da so ja budde ich mal mein gesicht ab und ja wir auch schon äh diens äh äh alchitorpes ist schon drauf schon soweit vorbereitet alles naja ja das hat mich jetzt schon geärgert weil das doch ein zeitaufwand war und überhaupt jetzt mit diesen alten pc da also da dauert das ja alles noch noch ein bisschen mehr länger naja und ja wie gesagt dieses video werde ich jetzt beschränken auf ja so ich mach mir heute keinen schwarzen kajal heute werde ich es ein bisschen natürlicher belassen ach ja auf jeden fall war das ja woche ich habe mich nur noch geärgert also äh mein mann hat sehr geärgert weil mein gott hast du jetzt so viel müde gemacht und und dann äh musst du es löschen und ja mein gott aber was will man machen bevor man darauf schwierigkeiten bekommt lieber nicht so ich summe euch ein bisserl ran moment ja so rüber ja so ok ich hoffe ihr seht es alles gut ok dann fang ich mal an ja ich wollte mein auge abkleben wieder habe ich wieder nicht naja egal geht auch ohne ja ich nehme mal da von dieser diese Farbe hier das ist so ein rosé mache ich mit den Schaumstoffapplikator das gebe ich mir aufs gesamte bewegliche Lid ja ja Das passt jetzt auch gut zum Herbst, diese Palette, ein wenig zu braun Töne dabei, morphische Töne. Spiegel reinschauen. Dann nehme ich, ja, da ist so ein dunkleres Braun dabei. Das werde ich mir in die Lidfalde geben. Die Lidfalde rüber hinaus. Mal schauen, ob das auch so lange braucht zum Rendern und zum Bearbeiten. Blenden wir gleich. Ein bisschen rausziehen. So. So. Gut, dann nehme ich das mittelhelle. Das sieht matt aus, nehme ich aber meinen. Ja. Die Qualität ist nicht so gut, aber naja. Tut mir leid. Gut. So. Dann gehe ich in das dunklere Mauve Bordeaux Bernton rein und setze mir das äußere V. blau. Setze ich mir dann diese Farbe. Pfeil. 2 2 Ja, dann brauche ich meinen Verblende Pinsel, gehe ich nochmal ein bisschen rein in die Farbe in die dunkle Bordeaux Farbe, verblende das alles. Dann gibt es da ein ganz helles, das werde ich auch verwenden. Das Ganze hier aufgehellt wird, dass es wacher aussieht, das Auge. Ja, dann nehme ich meinen abgeschrägten Pinsel, gehe in dieses dunklere Braun. Da muss ich aber jetzt einen Spiegel machen. Da sieht man gar nichts. Jetzt habe ich zu wenig aufgenommen. Jetzt wird es langsam. Im alten PC, ja, ist das blöd. Ist die Qualität auch nicht so gut, tut mir leid, aber ja, geht nicht anders. Da ist ja noch Windows Vista drauf, der hat diese Grafikleistung gar nicht so. Und diese... Kann ich noch ein bisschen intensivieren. Moment... Wo habe ich den jetzt wieder hin? Ja. Habe ich den wieder rein? Ach Gott, ach Gott. Ja. Diese Bordeaux Farbe. Die kommt auch nochmal unten drunter. Die möchte ich ein bisschen intensiver haben, weil ihr seht es in der Kamera ja gar nicht mehr. Und dann kommt diese Bordeaux Farbe auch noch am unteren Wimpernkranz lang. So. So. Wunderschöne Farben hier im Spiegel sehe ich das, aber die Kamera verschluckt so viel. Das kommt gar nicht so rüber in der Kamera. Aber... Ja. Gut. Dann würde ich sagen, belasse ich das jetzt mal so. Ja. Und gebe mir den... Zwar schon einen Kajal, aber diesmal keinen dunklen, diesmal einen hellen Kajal. So. Zwar diesen von Alverde, glaube ich, ist der. Ja. Ja. Pölli Wald. Von Alverde. Und den gebe ich mir in die Wasserlinie. Der hält schön, der ist gut, schön weich. Bis das Auge öffnet. So. Dann kommen wir schon zum Wimpern duschen. Natürlich mit meiner Lash Princess. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen soll. Ihr seht ja sowieso wahrscheinlich nichts, weil ich da meinen Spiegel brauche. Mein Display ist das immer blöd. Ja. Das werde ich wahrscheinlich rausschneiden, wie ich die Wimpern dusche. Das dauert immer viel zu lange, also schneide ich das dann raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So düster und trüb ist es heute, es ist ganz blöd hier. Ich habe heute keinen Vergrößerungsspiegel, das ist noch blöder. Da sehe ich gleich gar nichts, naja. Die Wunderndusche geht auch langsam leer. Nochmal eine Schicht machen. Das ist mehr die natürliche Variante des Augen-Make-ups. So. So. Das lassen wir mal so. So. Ja. So. Jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen raus. Dann könnt ihr das Ergebnis besser sehen. Sieht eher natürlicher aus heute, aber das passt so. Muss nicht immer so krass geschminkt sein. So. So. Jetzt widme ich mir einen Highlighter und den Blush. Blush. Ja. Äh. Blush, Blush. Ja. Für den Blush nehme ich diesen Pinsel. Blush. Die hat eine gute Farbabgabe, der Blush. macht eine schöne Frische ins Gesicht und hat eine sehr gute Farbabgabe, wie ich finde. Ich muss nicht zu viel auftragen. Dann schaut es ja auch wieder blöd aus, wenn man zu overblushed ist. los. So. Ja. 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 Und schon wieder bei 24 Minuten. Ich weiß, das ist schlimm. Ach Gott, ach Gott. So. Für den Highlighter. Und das ist jetzt. nehme ich dann diesen schmaler Pinsel. Ups, ich habe viel erwischt. Aber macht nix. So, jetzt habe ich hier bisschen Glow ins Gesicht. Sorry, ja, dann war es das gewesen mit dieser Palette. So, jetzt kommen dann noch die Lippen, Halt, Ohrringe muss ich nur reintun. Ja, sorry, habe ich vergessen, nehme ich bloß jetzt auf die schnelle Dieter. Ja, klar, wenn man das Gefühl machen muss, weil man nix sieht. Wie gesagt, es passt da zum Herbst, zum Sommer, zum Winter. Ich mache so einen Look ganz gerne. So, dann trage ich mir von Wettenwald diesen matten Lippenstift hier auf. Wollten wir zwar aneinander nehmen, aber naja. Okay, vielleicht ein bisschen der Helge hätte schon ein bisschen eine Farbe haben können. Naja, egal. Auf jeden Fall, das war jetzt mein Schminkvideo mit der Caprice Palette mit der zweiten. Jetzt kommen ja noch mehr Schminkvideos. Ja, ich habe mir vorgenommen, einmal in der Woche ein Schminkvideo zu machen. Das hätte am Dienstag schon kommen sollen, aber leider. Wie gesagt, das alles dazwischenkommen war alles, äh, war eine furchtbare Woche. Okay, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank für euer Verständnis und für eure Treue. Und ja, ich drücke euch alle ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.